Hallo und willkommen zu SCUMM und wir befinden uns so kurz davor, dass wenn der jetzt gleich hier weg geht, nach oben hin... Ah, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen tricky. Ich muss ein bisschen warten, bis er ein bisschen weiter ist. Ansonsten sieht er mich. So, ich glaube, jetzt kann ich schon, ne? Bevor der andere kommt. Scheiße! Nein, 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 nein! Nein, so war das nicht geplant. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Er wird das Auto zum Explodieren bringen. Und mich mit dem Auto! Wie ist das, wenn ich mich ins Auto reinsetzen würde? Es ist keiner da. Ich weiß nicht, was man dir erzählt hat, aber es ist keiner da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich bloß? Ist aber schnell wieder weg, ne? Ich meinte, könnte ich jetzt mit dem Auto durchheizen. Heizen! oh moment ich glaube ich kann mir okay alles gut okay hat man nicht zwei gummies gebraucht wir gehen mal auf nummer sicher ich wäre fast daneben gegangen die weiter ich bin tot ist es alles gut so im liegen noch bluten wo eine autobatterie haben wir hier auch ich muss ganz ehrlich sagen ich traue mich eh nicht ich traue mich nicht traue mich nicht mit dem auto jetzt hier raus zu fangen wenn es bereits schon starke singen ja aber ich schieße das auto an und brennt das auto ich habe vorhin gemerkt ich muss mit dem auto anhalten wenn ich was machen möchte steht er hier noch vor der tür oder aber ist halt schon nicht auf mich gut auf mich zu sprechen das ist schon mal sehr sehr klar das hat er mir sehr sehr deutlich gemacht ist jetzt nicht so begeisterte warum du siehst dich doch gar nicht was was ich bin jetzt nicht noch einen anlocken jetzt schießen die einfach random rum auf verdacht oder was habe ich hier nicht noch welche gesehen oder waren die noch weiter da hinten weil da hinten ist noch eine flugzeughalle ich bin so exited nein eigentlich nicht nee nee da ist der flugzeughalle aber dann keine weiteren doch da da oh gott ich komme da noch nie im leben hin ja da läuft er geradezu 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 zu geradezu ich warte noch bis der hier weg sich weg dreht und sobald er sich weg dreht wenn ich einfach los was will er machen auch mich schießen oder auch nicht dazu wollte ich umdrehen ja sehr schön verdammt verdammt guck mal hier hinten da ist einer äh hä 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 vielleicht doch das auto nehmen sollen steht da hinten noch eins oder das kaputt ist ja naja warte kann ich die hände hoch noch nicht rein nein ich glaube ich bringe mich gerade um ach komm ich schieße dem doch ins gesicht schieße ja ich hätte das alles nicht tun sollen ehrlich aber ganz ganz ehrlich wenn ich denen ins gesicht schieße der bereich ist aber auch riesig welcher dich bei eins machen soll gut ihr lieben ähm wir sehen uns dann wieder wenn ich dann vor dem flugfeld bin bis gleich so da bin ich wieder ähm ja ich hab ein bisschen wenig leben ich sag's mal so dinge sind passiert Fehler wurden gemacht ne ich hatte keine kein glückliches händchen mit dem herlaufen ok da hinten der wird mich wahrscheinlich sehen wenn ich jetzt hier rein laufe aber ich will sowieso mal gucken weil ich war ja war ich auf dieser seite? ja ich war tatsächlich auf dieser seite oder war ich auf der seite Moment ich kam von hier dann war ich hier das heißt ich war hier hier bei denen war ich ja damit ich euch hier ganz richtig will ich um ich bin hier der boss ok da bitte nicht stehen und redig nicht um wer sich umdreht oder lacht ich bin doch abgehauen mann man kann es halt einfach übertreiben ok man kann es übertreiben ok ok hat mich nicht erwischt oh Gott wer ist da noch ok so hier sind die Eingangsdienber ja und ich bin ja gleich in den ersten rein da ist der erste von hier da ist der erste von hier bin ich da? das ist noch mehr als drei das ist auf jeden fall das richtige das ist auf jeden fall das richtige einfach nur für alle Fälle das ist so dieses Anstar-Duell ja wer gibt zuerst nach? und genau ja die Die sehen mich hier alle. Was ist, wenn ich mir den Boden lege? Bin ich da! Scheiße. Vielleicht hat er da unten einen komischen Scanner und ich werde einfach abgeknallt. Ich muss da doch nur rein. Ich will doch nur viel. Es war halt einfach überhaupt so eine dumme Idee, das hier zu machen. Wisst ihr das? Ich warte jetzt erstmal, bis die sich beruhigt haben. Ah, sehr gut zu wissen. Dankeschön, dass du den weggemacht hast. Ist dann noch einer, den kannst du bitte auch wegmachen. Die Zombies sind aber bestimmt noch drinnen, ne? Habe ich einen kalt gemacht? Ne, ich glaube nicht. Die waren beide noch am Leben, ne? Der hat sich umgedreht. Der andere auch. Ach komm! Ach komm! Wenn die sich jetzt beide gleichzeitig umdrehen, dann habe ich ein Problem. Ja, die Sache ist, wenn ich jetzt hier nochmal sterbe, bin ich ehrlich zu euch, dann lasse ich meine Sachen zurück. Wer wird hier raus? Ich kann nicht verstehen, Kumpel, ich kann nicht verstehen. Ist da irgendwo ein Busch oder so? Weil hier ist ja wirklich Goanix. Das ist der einzige Busch hier. Oh, wisst du was? Ich glaube, ich renne einfach. Ne, der kommt da schon. Der kommt da schon. Und sobald der da vorne ist, ist der da hinten. Ist der hier vorne. Sind sich gleich beide gleichzeitig um? Es ist eigentlich unmöglich. Und da vorne noch nicht irgendwie ein bisschen in den ich sitzen kann? So, der hat sich umgedreht und der hat sich umgedreht. Okay, also muss ich... Okay, das wird jetzt richtig risky. Weil ich muss jetzt einfach hinter dem Mech bleiben. Und das ist dasbüroher. Okay. Gut. Okay. Willst du mal die Sachen hier? Nee. Ich mach mal die Sachen mal an euch. Und dann wieder war das das falsche Ding. So, meine Sachen sind schon wieder weg. Ach komm. Ach komm. Scheiße. Gleich wieder drauf. Mann. Kannst du dich einfach umfallen? Die hat gar nichts an. Die hat nichts an. Warum hält die so viel aus? Gut, Leute. Denn, wo sind wir? Ja, gut. Ist ja nicht weit von unserem Auto. Wir haben ja Haufen Ersatzsachen. Ich mein, klar. Also ganz ehrlich. Die ganzen Magazine. Es ist halt schon richtig mies. Also richtig mies. Was war das? Oh, das wäre... Ich glaube auch falsch. Ja, wenn ich nervös werde, beiß ich meine Lippe auf. Aber man sieht das jetzt nicht so. Da hat jeder so seine Tics, okay? Ich habe übrigens auf dem Weg hierher ein Schussfeld gefunden. Also einen Schießübungsplatz. Schussfeld. Wow. Ich bin doch richtig. Aber da war ja der Bär. Also es ist gut, dass ich nicht da lang bin. Und hopp. Ich muss mich mal dran gewöhnen, hier gerade zu sitzen und nicht immer so... Ich bin tatsächlich noch nicht am Ende. Ich werde es nochmal versuchen. Ich werde es nochmal versuchen. Weil ich war, glaube ich, nicht hier vorne. Ich war hier hinten, ne? Was es überhaupt da vorne oder da hinten gibt. Und jetzt passiert nichts. Letztes Mal war ein wenig Action. Da musste ich kämpfen und alles. Und dann dachte ich mir so, hä, vielleicht wird es wieder. Okay, jetzt hätte ich einen Bären auf der Range gehabt, ja. Die gucken schon, wie sie einen umbringen können. So. Ich werde dann jetzt eine andere Waffe aus meinem Auto nehmen. Hoffentlich habe ich was dabei. Ist schon krass, ja. Gerade hatte ich 400 Ruhelpunkte. Es lief einfach richtig gut. Nicht, dass ich mir so... Oh Mann. Entschuldigung. Übrigens kann es passieren, dass jetzt ab jetzt jeden zweiten Tag oder die ganze Zeit schon jeden zweiten Tag Scum nur kommt. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich das so mache. Ob ich Scum und Mist immer abwechselnd mache. Weil ich habe euch ja schon erzählt, dass wir in den Urlaub fahren. Wir haben das jetzt um eine Woche verschoben. Weil wir einfach alle krank geworden sind. Und weil mein Bruder Urlaub hat. Also. In den zwei Wochen, in denen wir nicht da wären. Man hat halt auch gesagt, das ist halt einfach blöd. Das ist blöd. Wir kommen genau in den zwei Wochen, in denen er arbeiten muss. Und danach die zwei Wochen hat er frei. Deswegen haben wir dann gesagt, gut, dann verschieben wir um eine Woche. Später konnten wir es leider nicht mehr verschieben. Weil Tiva einen Termin hat. Aber. Ja. Wo ist das jetzt? Müssen wir jetzt doch irgendwie versuchen. Ah. Weil, wie gesagt, während wir krank waren, das hat ja gar nicht funktioniert. Bzw. ich bin ja eigentlich immer noch krank. Ähm. Die man kränkelt auch noch so ein bisschen, aber. Ja. Hauptsache die Kleine ist gesund. Wobei die immer das kleinste Problem ist. Die ist wirklich fix wieder gesund. Wird kaum krank. Das Auto müsste gleich da sein. Was ist natürlich die Sport. Also. Ich weiß nicht. Ich bin ehrlich zu euch. Ich glaube, Scum ist halt wirklich so Multiplayer mäßig. Also ich habe das ja hier zum ersten Mal angefangen mit euch zusammen. Ja. Davor hatte ich das ja ganz, ganz am Anfang, wo es rauskam, gespielt. Da war es halt aber auch wirklich so. Äh. Äh. Da habe ich es angefangen auch im Multiplayer zu spielen. Bin überhaupt nicht damit klar gekommen. Und wollte halt meinem kleinen Bruder auch nicht zulassen fallen, weil er das halt hauptsächlich gespielt hatte. Und ich wollte es eigentlich mit ihm zusammenspielen. Aber ja, wenn er dann halt mit seinen Kumpels gespielt hat, die hatten dann einen Server zusammen und alles. Und dann habe ich auch gesagt, ja komm. Irgendwann wird deine Stunde kommen. Da könnt ihr das dann zusammenspielen. So, dann habe ich das eigentlich jetzt zum ersten Mal mit euch zusammengespielt. Ich wollte mich eigentlich erst am Auto ausruhen. Weil dann muss ich sowieso Sachen aus dem Auto nehmen und so. Was dauert denn? Aber ich habe schon echt die Befürchtung, dass das Auto nicht mehr da ist. Noch da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es steht da nur so schön versteckt. So, wollen wir losfahren? Ja, ich habe jetzt natürlich nichts wirklich... Ich habe die Maske. Das ist alles, was ich habe. Dafür habe ich keine Munition. Okay. Verdammt. Gut, aber hier bin ich... Toll. Das können die noch mitnehmen. Oh Mann. Oh Mann. Wir schaffen das. Trotzdem. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Komm, trinkt noch einen Kaffee. Ach nee, ich glaube, der entzieht Flüssigkeit, ne? Ach, egal. Ist noch eine Sardine. Das ist eine schöne... Oh, seht ihr? Ich habe ja hier noch die Karamellbräuse. Also alles gut. Was sieht mit deinem Stoff... Du hast immer noch minus 10 Wasser. Komm, können wir alles trinken. Also, ich will jetzt nicht alles trinken. Aber es wird so viel trinken, wie geht. So. Das arme Mädel. Ganz ausgedurstet. Habe ich sie gemacht. Oh Gott. Ach nein. Das wollte ich doch nicht. Habe es euch versprochen. Irgendwann werde ich es lernen. So. Dafür hatte ich aber, glaube ich, auch Munition. Hatte ich hier dabei. Okay. Hier war ja nichts drin, ne? Ich weiß, dass ich dafür Munition... Aber ich hatte die, glaube ich, nicht dabei, ne? Hier. 357er. Was auch immer das heißt. Okay. Wir fahren auf jeden Fall ein bisschen... So durchpassen tue ich ja nicht, oder? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dass das die letzte Folge wird. Okay. Ich habe eine Idee. Nein. Mach das nicht. Mach das nicht. Nee, nee, nee. Das habe ich wahrscheinlich absichtlich gemacht. Hier ist ein großes Feld. Nee, wahrscheinlich kann man das auch ohne Mechs spielen. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gar nicht. Es ist ein PvP-Modus. Also wenn man halt gegen andere spielt. Auf dem Server. Sind dann die Mechs auch da? Au. Entschuldigung, Odo. Ich mache das nur, weil ich weiß, dass ich einen Repair kehrt habe. Okay? Hier kann man, glaube ich, super rein. Aber hier sehe ich jetzt keinen rumlaufen. Aber hier sehe ich jetzt keinen rumlaufen. Ich muss nämlich erst mal irgendwas haben, damit wir jetzt überhaupt zu unseren Sachen hinkommen. Die Frage ist halt, ob sie doch da sind. Weil ich glaube das mittlerweile nicht mehr. Aber was sollen wir machen? Mit der Schippe verprügeln? Nein. Ein Metallrohr. Ja, ein Metallrohr tut's. Metallrohr heißt Leben. Irgendwie nicht. Ja, dein Kleber kannst du selber schnüffeln. Handschuhe. Ja, wichtig. Handschuhe. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Das sind die guten Fingerlosen. Die ausgetauscht wurden. So, wir haben ein Metallrohr. Das reicht uns ja erst mal für die erste Verteidigung. Der hat meine Tapsi gestritten, ne? Oh, der da könnte mich auch sehen. Sneaky, sneaky. Okay, wir könnten da durch die Fabrikhalle gehen. Hallo. Tschüss. Was macht der da? Roboter nach Hause gehen. Oh, gut. Oh, gut. ich bin hier mit arbeiter die tasche ist mal sehr gut jedenfalls so für den anfang hey meine waffen und alle sind weg ja ich nehme erst mal in halte roh oder oben gucken aber I don't know ja ich nehme die tür so da man die container an den ich vorbeigelaufen bin um dann da reizukommen oh gott so ein stückchen genauer ich tue doch nicht ich bin frei das ist ein explosierender ich glaube fast schon grüß dich ich arbeite hier ich arbeite hier das waren wahren schiffe das nicht mehr atme 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 meine ganzen sachen sind noch da oh mein gott oh mein gott ist das wunderschön ist das wunderschön so leute heute ist ein glorreicher wunderschöner tag ich habe meine sachen wieder bekommen meine sachen sie sind alle wieder da so muss ich mal ein bisschen umsortieren nur so ein bisschen damit ich den platz schaffe für alle meine wundervollen sachen sachen ja die monster sind auch tot da könnte ich laufen außer wenn ich jetzt noch munition finden würde aber ich bin ehrlich ich bin an so ein punkt an dem ich sage alles andere interessiert mich nicht ich möchte noch weg so leute wir haben unsere sachen wieder nächste folge versuchen wir dann hier einfach weg zu kommen okay ich muss jetzt alles einmal durch durch das haben wir da mit metallrohr hafe talrohr feste wie viele magazine ich jetzt finde moment jetzt können wir das alles fallen lassen haben wir doch den dreckigen schlöbbi gut ihr süßen vielen dank fürs zuschauen und dann bis zur nächsten folge ich werde jetzt hier alles noch zu ende looten und ja bye bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal